Herzlich willkommen zum NetXP-Verein Praxis-Seminar Arbeitsstundenabrechnung. Ja, wir wollen heute mit Hilfe der NetXP-Verein Bordmittel, kann ich das mal erklären, wie man ganz einfach und ganz schnell eine sehr rudimentäre, also es gibt hier drei verschiedene Möglichkeiten, die ich heute eben präsentiere. Die erste ist eine sehr rudimentäre, eine sehr einfache Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, also bei der ich eben immer ein Stundenfeld habe, das ich also selber immer aufsummieren müsste zum Beispiel. Die zweite ist dann eine Möglichkeit, eben mit der ich mit mehreren Arbeitseinsätzen, in dem Fall, in dem Beispiel heute dann bis zu fünf, eben hier ausüben kann und dann eben hier die Stunden eben entsprechend verrechnet werden. Und die dritte Möglichkeit, das ist die interessanteste, die funktioniert mit den sogenannten berechneten Tabellen. und hier kann ich je Mitglied beliebig viele Arbeitsstunden erfassen, kann dann die einmal im Jahr abrechnen und dann werden die auch automatisch wieder auf Null gesetzt. Ja, das sind eben diese drei Möglichkeiten, die wir in NetXP-Verein so haben. Und hier würde ich gerne mal beginnen mit der einfachsten. Ich habe hier einen Testverein übrigens mit genau einem einzigen Mitglied. Das bin nur ich und das ist eben zum Demonstrieren dieser Abrechnung am allerleichtesten. Ja, die einfachste Möglichkeit, wie gesagt, ist die, dass man eben mit eigenen Feldern arbeitet und diese eigenen Felder können Sie ja mit NetXP-Verein in beliebiger Anzahl eben entsprechend anlegen. Unter Verwaltung Optionen. Und es gibt dann hier im Register Mitglieder ein Unterregister. Das wollte ich eigentlich noch löschen. Sekunde. Ah. Das wollte ich noch löschen. Das war nämlich so ein Test von vorher. So, also gibt es hier eigene Felder und diese eigenen Felder können wir jetzt erstellen. Das bedeutet, ich erstelle jetzt mal ein eigenes Feld. Das nenne ich Arbeitsstunden ist. Das ist ein Feld, das kann man sich aussuchen. Oder eigentlich nicht, sondern das ist ein Dezimalfeld mit meistens zwei Nachkommastellen. Übernehmen. Dann habe ich ein zweites Feld, das nennt sich Arbeitsstunde soll. Ebenfalls ein Dezimalfeld, damit man eben später hier nur Zahlen erfassen kann. Ebenfalls übernehmen. Und dann brauchen wir noch ein drittes Feld. Das ist die Arbeitsstunden-Differenz oder Fehlbetrag. Dann haben wir Fehlstunden. Nicht Arbeitsstunden, Fehlstunden, sondern einfach nur Fehlstunden. Auch das ist ein Dezimaler Wert. Und hier, na Sekunde, ich habe einen Schmack gemacht. Ganz kurz. So, diese Fehlstunden sind kein numerisches Feld, sondern das sind jetzt hier ein berechnetes Feld. Denn ich will ja hier die Differenz von soll und ist eben entsprechend berechnen. Das bedeutet, ich kann auch hier die Nachkommastellen einstellen. Kann dann hier die Berechnung bearbeiten. Das schaut so aus und ich will jetzt hier in unserem Fall zwei numerische Werte einfügen. Und zwar einmal will ich diese Sollstunden einfügen und dann macht man hier ein Minus rein. Und hier wollen wir dann eben die Iststunden abziehen davon. Also Sollstunden minus Iststunden ist das Ergebnis, das dann eben hier eben entsprechend in Fehlstunden auftauchen wird. Ja, wir klicken auf Übernehmen und damit sind wir schon, ja, einen sehr großen Schritt weiter. Diese eigenen Felder müssen, ja, bitte schön. Ja, du hast da jetzt die Fehlstunden definiert, aber die können dann auch negativ werden. Die könntest du aber ausblenden, dass es maximal Null wird. Ganz genau richtig. Das ist ein hervorragender Hinweis. Genau, also wir könnten hier bei einem Minimalwert noch Null erfassen. Das bedeutet, dieses darf, also Max, Entschuldigung, ja, minimal, da haben wir, minimal Null. Das bedeutet eben, er würde soweit rechnen, bis er bei Null ist und weniger wie Null kann keiner haben. Genau, das ist sehr richtig. Das ist ein hervorragender Hinweis. Danke bitte. Ja, übernehmen und nochmal übernehmen. NetXP-Verein muss jetzt einmal neu starten, um eben hier diese Datenbankänderung durchzuführen. Das geht ganz schnell. Ja, mach. So. Genau, er hat es jetzt neu gestartet. Und wenn wir uns jetzt ein Mitglied ansehen, dann werden wir also sehr schnell feststellen, dass es diese eigenen Felder jetzt gibt. Es gibt also jetzt hier eben die entsprechenden eigenen Felder. Arbeitsstunden soll, Arbeitsstunden ist und Fehlstunden. Tragen wir hier zum Beispiel 5 ein und dann ist Stunden 2, dann würde er eben Fehlstunden hier 3 berechnen. Was ja stimmt. Also er soll 5 Stunden arbeiten, hat 2 gearbeitet. Also müssten wir eben später dann entsprechend 3 berechnen. Jetzt gibt es natürlich in NetXP-Verein die Möglichkeit, hier das Ganze noch etwas schmissiger anzupassen. Und zwar mit eben dem sogenannten Maskendesigner. Ich will das jetzt mal so am Rande erwähnen oder auch mal hier ein, zweimal noch ganz kurz zeigen, aber jetzt nicht bis in die Tiefe. Denn mit diesem Maskendesigner haben wir eben die Möglichkeit, diese eigenen Masken oder die eigenen Felder hier schön anzuordnen. Wir finden den Maskendesigner unter Verwaltung Optionen. Und später bei den anderen Beispielen habe ich schon so Masken vorbereitet. Die sind schon fertig, aber ich zeige also, dass man mal sieht, wie sowas ausschauen könnte. Ich gehe jetzt hier unten auf Maskendesigner. Daraufhin öffnet sich der. Ich öffne jetzt eine Standardmaske mit Reitern. So, die schaut so aus. Und jetzt könnte ich zum Beispiel eben hier ein Register einfügen. Und dieses Register nennen wir dann Arbeitsstundenabrechnung. So, steht dann hier oben Arbeitsstundenabrechnung. Und hier ziehen wir uns dann die eigenen Felder rein. Ich habe also Arbeitsstunde soll. Dann Arbeitsstunde ist. Ziehen wir uns rein. Jetzt nehmen wir nur das Geige. Und dann hier die Fehlstunden. So, und das können wir jetzt schön anordnen. Eine Sekunde bitte nochmal. Ich muss. Also wir können dann eben diese Felder eben entsprechend verschieben, wie wir das Ganze wollen. Wir können die auch umbenennen, wenn wir wollten. Wir können das Ganze auch in so eine Groupbox setzen, dass man es eben gemeinsam verschieben kann, immer. Setzen wir dann in so eine Groupbox. Dann kann man die eben entsprechend anpassen. Genau. Also so eine Groupbox hat eben den Vorteil, da kann man alles auf einmal verschieben. Und diese Groupbox übrigens könnte man zum Beispiel auch im Hintergrund entsprechend irgendwie einfärben. Nur mal so als Beispiel. Kann man natürlich auch entsprechend benennen, diese Groupbox. Und ich will dir jetzt mal keinen Namen geben. So, sowas könnte man zum Beispiel machen. Eben mit einem Maskendesigner. Speichern dann diese Maske. Übernehmen. Und jetzt müssten wir dann diese Maske, dieses Maskendesign eben bei dem entsprechenden Benutzer einschalten. Entweder über Benutzer, Benutzerliste. Und dann eben im entsprechenden Benutzer. Ich bin jetzt der Admin. Ich will jetzt hier ein Maskendesign aktivieren. Erweiterte Einstellungen. Mitgliedermasken. Ich will hier ein Maskendesign aktivieren. Das war dieses Arbeit einfach, das ich soeben erstellt habe. Und das hier soll Standard sein. Einmal speichern. Auch hier muss ich NetXP Verein einmal neu starten, weil diese Mitgliedermaske nur am Anfang geladen wird. Man sieht. Ja, nein. Das haben wir ja geändert. Stimmt. Das ist jetzt schon hier. Sie sehen, diese Maske ist jetzt aktiv. Und ich könnte also jetzt hier eben entsprechend meine Stunden erfassen. Das will ich natürlich jetzt. Diese Arbeitsstunden. Super. Das habe ich jetzt zu schmal gemacht. Sekunde. Wenn ihr nicht aufpasst. Arbeitsstunde, Arbeitsstunde. Kann man natürlich wieder anpassen. Im Maskendesign. Öffnen. Einfach. Und nehmen dann diese beiden. Zieh das hier rüber. Und mach dann die wieder ein bisschen breiter. Dass man wieder lesen kann, was dahinter steht. So. Dass das ein bisschen sauber aussieht. Dann speichern. Schließen. Und wenn wir jetzt wieder in das Mitglied gehen. Das einzige vorhandene. Dann sehen wir also das Ganze jetzt ein bisschen angepasst. Die Funktionalität ist der gleiche. Jetzt kommt das nächste. Der nächste Schritt bei dieser einfachen Arbeitsstundenanpassung. Und zwar der nächste sinnvolle Schritt ist, dass wir natürlich die Sollstunden bei all den Mitgliedern erhöhen, die eben arbeiten müssen. Das Ganze kann man machen, indem man die vorne einzeln anhakt. Man kann natürlich also auch hier. Nein, ich habe keine. Doch, ich habe da viel mehr. Also man kann die eben. Wollte nicht. Ich wollte keinen Doppelklick machen. Ich könnte die also vorher anhaken, die alle arbeiten müssen. Ich könnte natürlich auch eine Gruppe damit machen, dass man also hier das Ganze eben entsprechend filtern kann. Was aber absolut wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir diese Änderungen der Sollstunden immer mit einer Massenänderung durchführen. Das bedeutet, innerhalb der Mitgliederliste gibt es rechts unten eine Massenänderung. Ich will jetzt hier alle gefilterten, das ist bei mir nur einer, will ich verwenden. Ich will die Mitgliederdaten ändern. Und jetzt suche ich mir eben diese Arbeitsstunden soll aus und schreibe hier rein, neuer Wert soll auf 5 gesetzt werden. So, sobald ich jetzt auf Starten klicke, müssen alle, die hier momentan gefiltert wurden, 5 Stunden arbeiten. Das müsste man also nicht einzeln setzen bei den Mitgliedern, sondern das können wir eben zentral über die entsprechende Massenänderung setzen. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt würde der arbeiten und der ist jetzt ein fauler Christoph Sperl, der arbeitet nur, der arbeitet nur 2 Stunden. Das bedeutet, 3 Stunden müsste er zahlen. Und jetzt muss man auch einmal noch, müssen wir noch 2 Sachen machen, weil wir wollen das in Form eines Beitrags abrechnen bei ihm. Das bedeutet, wir müssen jetzt erst eine Beitragsgruppe erstellen und zwar vom Beitrag her. Das ist bei allen anderen beiden Methoden übrigens immer das Gleiche. Wir brauchen hier eine Beitragsgruppe, die heißt nicht geleistete Arbeitsstunden oder so ähnlich. Und die müssen wir dann auch bei den entsprechenden Mitgliedern, die eben zahlen müssen, auch einstellen. Und das kommt jetzt. Beitragsgruppe erstellen funktioniert unter Verein Beiträge. Hier erzeugen wir jetzt einen neuen Beitrag hier unten und diese Beitragsgruppe nennt sich fehlende Arbeitsstunden. Die kann man ja nennen, wie man will. Ist einmal im Jahr fällig von mir aus, ist gut. Könnte ich eine Sparte und eine Abteilung einstellen, eine Abteilung und eine Jahrstelle. Wichtig ist, ich wähle hier unten berechneter Beitrag aus, wähle dann mein sogenanntes Multiplikatorfeld, in meinem Fall die Fehlstunden und stelle jetzt ein, wie viel Geld eben pro Stunde bezahlt werden muss. 15 Euro. Und jetzt könnten wir, wenn wir wollten, hier das Ganze noch markieren als Einmalbeitrag. Wenn wir das eben nur einmal machen, wenn die jedes Jahr wieder arbeiten müssen, dann lassen wir das drin und machen wir keinen Einmalbeitrag draus. Wir speichern diesen Beitrag. Jetzt haben wir den Beitrag erstellt und jetzt müssen wir die Beitragsgruppe eben beim entsprechenden Mitglied einfügen. In meinem Fall hier beim Spiel Christoph, der hat hier Arbeitsstundenabrechnung und jetzt stellen wir noch diesen Beitrag ein, damit eben die Software auch weiß, welchen Beitrag sie hier einziehen muss. Arbeitsdienstabrechnung. Fehlende Arbeitsstunden, haben wir gesagt, habe ich schon mal gemacht mit dem Testverein. Fehlende Arbeitsstunden, übernehmen und speichern. Nein, dieses Mitglied hat weder IBAN noch BIC, aber jetzt sehe ich Palaststift. Nein, das macht man nicht. Das macht man einfach so. So, jetzt hat es eine IBAN und Genau, das war die Zahlungsart falsch. Wie bitte? Die Zahlungsart ist falsch. Genau, die Zahlungsart ist falsch. Das ist richtig. Das soll Lastschrift sein. Genau, das war es. Und da haben wir den noch nicht gesetzt vorher, doch. Aber ich habe nicht gespeichert. Ich habe nicht gespeichert vorher. Das war ein Schmarrn natürlich. Also zwei Stunden muss er zahlen. Und wenn wir also jetzt dann später irgendwann mal einen Beitragseinzug machen würden unter Buchungen, Massenbuchung, würden wir also jetzt bei all unseren Mitgliedern eben diese Arbeitsstunden abrechnen. Fehlende Arbeitsstunden. Dann würde er jetzt eben ausrechnen, dass der Sperl Christoph hier für zwei Stunden eben die fehlen, hier insgesamt 30 Euro zahlen müsste. Soweit in Ordnung, oder? Ja. Genau. Eine sehr einfache Art. Nachteil dieser Art ist natürlich die, dass ich hier immer diese Arbeitsstunden, also wenn der mehr Einsätze im Jahr hat, dann muss ich sagen, okay, das zweite Mal war er hier, drei hat er bis jetzt gearbeitet, jetzt hat er wieder eine Stunde gearbeitet, jetzt hat er vier Stunden insgesamt. Das kann man machen, dass man es immer per Hand aufsummiert. Ja, die Frage ist, ob man das will. Denn es gibt natürlich eine sehr einfache zweite Art und Weise dieser Arbeitsstundenberechnung. Und die zeige ich euch jetzt. Und zwar ist es die Arbeitsstundenberechnung, wenn ich mehrere Arbeitseinsätze habe. Ich habe das jetzt in einem anderen Testverein vorbereitet und habe auch hier eine entsprechende Maske gezeichnet. Die sieht eben folgendermaßen aus. Also ich muss die jetzt erst mal zuordnen bei dem Mitglied wieder. Nein, ich glaube, ich habe die schon zugeordnet. Nein, das ist die falsche. Sekunde. Das ist die falsche. Das ist die für das dritte Beispiel heute. Die, die ich euch zeigen will, die sieht so aus. Also diese Möglichkeit, Alexandra Mut habe ich da verwendet, die schaut so aus. Das ist ein bisschen aufwendiger natürlich. Ich habe hier, das funktioniert aber auch alles mit eigenen Feldern. Funktioniert relativ easy. Ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn eigene Felder angelegt. Schauen wir uns mal schnell, wo die sind. Die finden wir unter Verwaltung Optionen, Mitglieder. Und hier finden wir eben diese eigenen Felder. Wir sehen, das sind schon 15. Das ist eben für das dritte Beispiel heute. Aber dazu eben erst später mehr. Das hier sind erst einmal Dezimalfelder, in denen eben die entsprechende Stundenzahl des Arbeitseinsatzes eben entsprechend erfasst werden kann. Dann Datum des entsprechenden Arbeitseinsatzes. Das Ganze wird dann summiert in einem berechneten Feld. Das nennt sich gearbeitete Stunden. Wenn wir uns dieses Feld hier ansehen, dann merken wir, dass hier einfach gerechnet wird. Arbeitseinsatz 1 plus Arbeitseinsatz 2 plus Arbeitseinsatz 3 plus Arbeitseinsatz 4 und 5. Minimalwert tragen wir hier ein, auch 0. Ja, jetzt wird also eben aus diesen fünf Werten berechnet, wie viel der insgesamt gearbeitet hat. Und der Rest funktioniert wieder ganz genauso. Der Rest funktioniert genauso wie vorher. Das bedeutet also auch an der Stelle wurde dann eine Maske erstellt. Und an der Stelle muss eben auch jetzt ein entsprechender Beitrag erstellt werden. Jetzt hat er den endlich beendet. Ja, ich will den neu beenden und neu starten. So, 11.05. Jetzt starten wir. Also auch hier muss ein Beitrag geben, genauso wie vorher. Und dieser Beitrag muss eben dann auf dieses Summenfeld eben entsprechend dann eingestellt werden. Also, neuer Beitrag. Mache ich mal Arbeitsstunde, heißt der. Zweite Methode. Und auch das ist ein berechneter Beitrag. Und der soll aus Fehlstunden und hier mal 21 Euro berechnen. Ich weise jetzt schon mal vorsorglich drauf hin, hier unten auf negativen Beitrag überweisen. Das ist eine Besonderheit, wenn man bei uns eine zusätzliche Dienstleistung bucht. Und das, glaube ich, ist ein ganz guter Moment, dass man jetzt über das mal spricht. Wir werden jetzt mit, wir haben jetzt mehrere berechnete Felder drin und später haben wir sogenannte berechnete Tabellen. Dieses Feature ist bei NetXP-Verein zusätzlich kostenpflichtig und kostet im Monat sensationelle 5,95 Euro. Sprich, also deutlich weniger als eine Schachtel Zigaretten. Und mit dieser Möglichkeit, also mit diesen berechneten Tabellen, hat man eben zum Beispiel auch die Möglichkeit, sogenannten negativen Beitrag zu überweisen. Das würde bedeuten, es würde die Möglichkeit bestehen, das Ganze umzudrehen, das System. Das heißt, man zieht als Verein eventuell am Jahresanfang, zieht man den gesamten Beitrag mit nicht geleisteten Arbeitsstunden ein. Und kann das Ganze dann eben in Form einer Überweisung den Mitgliedern wieder überweisen, die dann tatsächlich gearbeitet haben. Wenn Sie dieses System verwenden wollen, müssen Sie aber bitte zwingen, dieses System vorher beim Finanzamt anmelden, denn sonst kann es Ihnen passieren, dass das Geld, das Sie Ihren Mitgliedern für geleistete Arbeit überweisen, zusätzlich lohnsteuerpflichtig wird. Weil das natürlich ein Lohn ist. Weil wenn ich arbeite und bekomme Geld dafür, dann ist das Lohn und man muss das dem Finanzamt eben vorher erklären, dass es sich hierbei um einen satzungsgemäßen Arbeitsdienst handelt. Das ist ganz wichtig. Das heißt aber, der muss in der Satzung auch definiert sein, oder? Der muss natürlich, der Arbeitsdienst muss immer in der Satzung definiert sein. Also BGB Paragraf 58 wird geregelt, dass eben, oder in dem steht, dass eben der Verein in der Satzung stehen haben muss, wie der Verein gedenkt sich zu finanzieren. Und da steht also auch drin, dann muss er in der Satzung drinstehen, dass es im Verein einen Beitrag gibt, der in der Beitragssatzung eben entsprechend geregelt wird. Und dass auch eventuell zusätzlicher Arbeitsdienst oder Handdienst oder wie heißt das, glaube ich so schön, Spanndienst eben erledigt werden muss. Und auch das wird in der Beitragssatzung geregelt. Aber es muss auf alle Fälle in der Satzung verankert sein. Okay. Genau. Ja, also wie gesagt, diese Möglichkeit wird es auch geben, wenn man eben mit diesen berechneten Tabellen arbeitet. Ich klicke auch hier jetzt auf Speichern und schauen wir uns jetzt auch mal das Ganze bei einem einzelnen Mitglied an. Das heißt, ich nehme jetzt mal hier meine Mut Alexandra wieder und mache das jetzt mal. Die hat zum Beispiel gearbeitet am 14. Juni, hat die 5,5 Stunden gearbeitet und dann hat die nochmal gearbeitet am 16. Juli. Da hat es 11 Stunden gearbeitet und am 26.8. hat es nochmal eine gearbeitet. Ich mache das jetzt mit der Massenänderung nicht. Also wir könnten natürlich, diese Arbeit soll jetzt wieder für alle unsere Mitglieder eben entsprechend über die Massenänderung machen. Ich sage jetzt mal, sie müsste hier 25 Stunden gearbeitet haben. Das bedeutet also, sie hat jetzt hier insgesamt 7,5 Fehlstunden und das Ganze können wir jetzt eben speichern und dann eben in Form eben des soeben erstellten Beitrags eben hinzufügen. Arbeitsstunden, zweite Methode und wir sehen jetzt schon, müsste sie 157,50 Euro jetzt bei der nächsten Beitragsabrechnung bezahlen. Ja, wenn diese Abrechnung gelaufen ist, übrigens auch bei der ersten Methode, dann muss man schlussendlich dieses System nullen, sage ich immer. Das bedeutet, man muss dann eben in NetXP-Verein entsprechend hier eine Massenänderung durchführen und zwar müsste man dann später natürlich all diese Werte, die wir jetzt innerhalb des Jahres bei diesen Arbeitseinsätzen entsprechend verändert haben, müssen wir die natürlich eben entsprechend wieder ändern. Das bedeutet, wir müssten Arbeitseinsatz 1, müsste man löschen bei allen Arbeitseinsatz 2, müsste man bei allen löschen, Arbeitseinsatz 3, 4, 5. Das müsste man bei allen löschen, auch die Daten zurücksetzen und vielleicht auch die Sollstunden zurücksetzen, damit eben im nächsten Jahr dann eine neue Abrechnung beginnen kann. Aber Sie merken schon, ich bin jetzt hier relativ schnell durch, durch diese eigenen Felder, denn ich will Ihnen heute eine ganz andere, eine viel bessere Möglichkeit zeigen. Und diese Möglichkeit, die ich Ihnen zeigen will, die funktioniert eben mit den neuen berechneten Tabellen. Ich melde mich jetzt im anderen Testverein wieder an. Das ist wieder der Testverein, in dem wir vorher waren. Das Ganze muss man sich vorstellen, funktioniert folgendermaßen. Die eigenen Tabellen, die kann ich erzeugen mit einer grundsätzlichen Mitgliederverknüpfung. Das bedeutet, die Mitglieder, ich erstelle eine eigene Tabelle, die eine Verbindung zu meiner Mitgliedertabelle hat. Und später kann ich dann bei jedem Mitglied unterschiedliche Arbeitsdiensthöhen eben entsprechend einstellen. Also nicht Höhen, sondern ich kann sagen, der eine hat jetzt keinen Arbeitsdienst, der zweite hat fünf Arbeitsdienste und einer hat zwei Arbeitsdienste. Und ich bin also nicht hier immer der Sache ausgeliefert, dass ich hier eine Maximalanzahl zum Beispiel habe. Und ich kann vor allen Dingen in diesen berechneten Tabellen mit Uhrzeiten rechnen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige Ihnen das am besten. Wir wollen eine neue Tabelle anlegen, unter Verwaltung, Optionen. Und dann eben wechsle ich in das Register eigene Tabellen. Also Mitglieder, eigene Tabellen. Hier gibt es schon zwei Tabellen, die können wir jetzt mal geflissentlich ignorieren. Ich füge eine neue Tabelle hinzu und diese Tabelle nenne ich Arbeitsstundenabrechnung. Und was ich jetzt auch schon einstellen kann, ist, dass ich diese Tabelle oder dass ich innerhalb der Tabelle verschiedene Berechnungen verwenden will. Die Mitglieder-Tabelle ist bereits mit dieser Tabelle verbunden, das ist der Standard bei diesen eigenen Tabellen. Aber ich brauche jetzt weitere Felder. Zum Beispiel brauche ich ein Feld, ein Datumsfeld, damit ich erfassen kann, wann das Mitglied eben entsprechend gearbeitet hat. Und jetzt müssen wir mal genauer schauen. Datum, aber diesmal brauche ich wirklich Typ Datum hier drin. Nicht Uhrzeit, sondern Datum. Übernehmen. Ja, dann könnten wir eben in einem Textfeld erfassen, die Tätigkeit. Könnten wir machen, machten wir jetzt mal nicht, weil das müssen wir dann später sonst auch alles ausfüllen. Aber ich will jetzt auch erfassen, eben von welcher Uhrzeit weg hat der gearbeitet. Also das ist dann Datum, aber eben hier die Uhrzeit. Also Arbeitsbeginn. Keinen Standardwert übernehmen. Und dann gibt es natürlich auch ein Feld, ebenfalls ein Datumsfeld mit Uhrzeit. Arbeitsende. Ebenfalls übernehmen. Eine Sekunde bitte. Matthias, bis 18.07 Uhr. Ich war schon erstaunt. Ah ja, da bin ich ganz stolz. Ich bekomme normal immer so einen Frosch im Hals, immer um die gleiche Uhrzeit. So, und jetzt brauchen wir eben ein berechnetes Feld. Das bedeutet, ich füge jetzt ein neues Feld ein. Und das füge ich jetzt ein, ein berechnetes Feld. Das Feld nennt sich Arbeitszeit. So, und was können wir in diesem Feld Arbeitszeit jetzt machen? Wir können jetzt in diesem Feld Arbeitszeit hier einstellen, dass wir, nein, das wollte ich gar nicht. Ich habe das jetzt extra anders genannt. Man sieht das jetzt schon. Ich will jetzt das Arbeitsende nehmen, einfügen und will hier von den Arbeitsbeginn abziehen. Das will ich abziehen. So weit, so gut. Also bis jetzt ist noch gar nichts dabei, richtig? Das ist ganz einfach. Wir könnten übrigens, wenn wir das wollten, weil wenn jetzt hier natürlich Stunden, wenn jetzt hier einer, ich sage jetzt mal 14.55 Uhr reinschreibt oder so ungerade Zahlen, dann kommen natürlich hier auch ganz ungerade Werte raus. Aus diesem Grund will ich Ihnen auch mal zeigen, ich lösche das jetzt wieder raus, dass wir hier mit verschiedenen Funktionen noch zusätzlich arbeiten könnten. Zum Beispiel könnten wir jetzt immer aufrunden, dass man sagt, okay, also wenn der auch nur eine Minute in der nächsten Stunde gearbeitet hat, dann will ich das aufrunden. Also es gibt Runden, Abrunden und Aufrunden. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn der nicht wirklich eine volle Stunde gearbeitet hat, dann kürze ich ihm das runter auf die letzte volle Stunde. Man kann das auf und abrunden. Ich finde, weil das Runden an sich ist immer ganz praktisch. Ich runde das einfach auf die nächste Stunde. Also ich kann hier eine Funktion einfügen, runden. Und anstelle des Wertes jetzt stellen wir ein, eben das Arbeitsende einfügen, minus den Arbeitsbeginn. Einfügen und ich will runden auf 0 Nachkomma stellen. Also auf volle Stunden. Ja, ich lasse das jetzt aber mal weg. Ich zeige Ihnen später auch, warum. Also der hat gesagt, das ist ein Fehler, das ist jetzt keiner. Aber ich zeige Ihnen auch später, wie es noch einfacher geht. Und nicht, dass ich es jetzt 25 mal machen muss, lasse ich das jetzt mal weg. Aber sowas wäre auch möglich übrigens. So, also ich rechne das Ganze jetzt. Sekunde. Ich bin ein Hirsch. Also ich muss Differenzstunden ausrechnen. Und das funktioniert folgendermaßen. Also es gibt hier eine Funktion, die nennt sich Stunde. Die kann ich einfügen und kann hier die Start beenden. Das ist also Arbeitsstartdatum ist Arbeitsbeginn. Einfügen. Und Enddatum ist Arbeitsende. Einfügen. Und was dabei rauskommt, sind die Stunden. Die Differenz der Stunden hier insgesamt. Und das Ganze könnte ich jetzt noch runden. So kompliziert kann man das machen. So, jetzt haben wir die Arbeitszeit berechnet. Okay. Wir könnten uns jetzt mal kurz zwischendurch mal anschauen, wie denn das Ganze jetzt schon ausschaut. Ich klicke jetzt mal auf Übernehmen und auf Speichern. Daraufhin muss die Software leider immer wieder einmal neu gestartet werden, weil es sich hierbei immer um Datenbankänderungen handelt. Wie schaut das Ganze aus bis jetzt? Bis jetzt würde das folgendermaßen ausschauen. In den eigenen Tabellen. Hätte ich also jetzt die Möglichkeit hier, diese Arbeitsstunden entsprechend einzustellen. Arbeitsbeginn. Arbeitsende. Arbeitszeit. Man muss das natürlich ein bisschen sortieren, sonst macht das nicht viel Sinn. So, und jetzt könnte man eben zum Beispiel mal beginnen. Da gibt es nur einen. Den nehmen wir hier mal. Datum Einsatz ist heute. Arbeitsbeginn. 14 Uhr. Das kann man übrigens alles mit den Pfeiltasten bedienen. Ganz einfach. 16 Uhr Pfeil 30. Der hat 2,5 Stunden gearbeitet. Dann der gleiche wieder. Ebenfalls heute. Und dann hat er noch einmal gearbeitet von 18 Uhr 20 bis 19 Uhr 10. Und jetzt sehen Sie, was das mit dem Runden natürlich dann bringt. Also man sieht, man kann das jetzt hier wunderbar ausrechnen. Kann man wunderbar ausrechnen. Aber was fehlt uns jetzt? Uns fehlt jetzt ja im Endeffekt. Bitte schön. Herr Spell. Könntet ihr das mal mit Hinzufügen machen? Weil da habe ich ein Problem mit der Uhrzeit. Weil ich auch eine ähnliche Tabelle habe. Mal mit Hinzufügen. Ja, ich habe das heute gesehen. Das ist schon aufgeschrieben. Alles klar. Wenn der Hinzufügen macht, ist richtig. Dann kann er diese Uhrzeiten nicht speichern. Richtig? Richtig, genau. Genau. Ich kenne das. Ist aufgenommen und wird beim nächsten Durchlauf eben mit erledigt. Danke. Aber ich merke das nicht. Wissen Sie warum? Weil ich persönlich grundsätzlich inline in diesen Tabellen arbeite. So wie ich es jetzt gerade hergezeigt habe. Also ich arbeite immer direkt in der Tabelle, weil es viel schneller geht als mit dem Hinzufügen-Button. Und deshalb merke ich das aber nicht. Ja, also wie gesagt, auf die Art und Weise kann man sich also die Arbeitszeit ausrechnen. Aber wir haben ja immer noch das Problem, dass wir zwar die Arbeitszeit jetzt hier erfassen können, aber wir brauchen ja diese Arbeitsstunden als ein einziges Feld im Mitglied. Ich brauche ja irgendwo im Mitglied dann später ein Feld, 976. Das ist, glaube ich, der einzige, der hier ist. Ich brauche ja irgendwo hier drin ein Feld, ein Feld, in dem diese Arbeitsstunden ist eingetragen sind. Und das geht auch. Da werden Sie lachen. Das funktioniert wunderbar. Ich mache jetzt mal hier, mache jetzt mal wieder nichts mehr rein. Das heißt, ich habe jetzt Arbeitsstunden ist und soll, ist jetzt leer. Und zwar gibt es eine spitzenmäßige Möglichkeit innerhalb der eigenen Tabellen, dass ich mir das Ganze jetzt eben in dieses eigene Feld reinschreiben lasse. Das bedeutet, ich nehme jetzt mal diese eigenen Tabellen, diese Arbeitsstundenabrechnung, klicke wieder auf Bearbeitung, dass wir wieder in der Tabelle sind, in der wir vorher waren. Und diese Arbeitszeit, die wir ausgerechnet haben, diese bearbeite ich jetzt wieder, klicke dann auf Berechnung bearbeiten und jetzt kann ich einstellen, dass das Ergebnis dieser Rechnung in ein eigenes Feld geschrieben wird. Ja, das muss ich erst umstellen. Sekunde, ich muss erst das eigene Feld umstellen, natürlich von Berechnung auf Nichtberechnung, weil sonst würde er rechnen und wieder rechnen. Also, geht natürlich nicht, aber in ein Dezimalfeld muss das erst umgewandelt werden. So, ich muss bei den Leuten einmal speichern wieder. So, unter Verwaltung Optionen, wie gesagt. In die eigenen Tabellen, in diese Arbeitsstundenabrechnung, in diese Arbeitszeit bearbeiten und wir bearbeiten diese Berechnung. Und jetzt können wir uns eben das Ergebnis dieser Arbeitsstunden in das Feld Fehlstunden eintragen lassen. Aggregatfunktion für eigenes Feld ist jetzt Summe. Aggregatfunktion für eigenes Feld bedeutet, bei jedem Eintrag einer Tabellenzeile summiert der das wieder zu diesem eigenen Feld hinzu. Warum gehst du da aufs Fehlstundenfeld? Du müsstest doch auf Arbeitsstunden ist gehen. Ja, ist richtig. Ich muss natürlich auf Arbeitsstunden ist gehen. Das ist richtig. Das ist völlig richtig. Ja, wie gesagt, also Donnerstagabend kann es durchaus sein, dass ich ein bisschen komisch werde. Das ist völlig richtig. Natürlich muss ich auf Arbeitsstunden ist gehen. So, der summiert jetzt in dieses Arbeitsstunden ist Feld. Übernehmen, übernehmen, übernehmen. Was? Und jetzt nochmal speichern hier unten, dann muss er wieder neu starten. Das sind eben, wie gesagt, lauter so Änderungen in der Datenbank und aus dem Grund ist das immer so eine Katastrophe. So, die sind also jetzt hier. Und jetzt gibt es, schauen wir in den eigenen Tabellen. Hier haben wir ja unsere Werte noch drin. Wir hätten vorher übrigens diese Ansicht speichern sollen. Wäre vielleicht ganz schlau gewesen. Datum, Einsatz, das mache ich jetzt mal kurz. Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Arbeitszeit. Genau, und die speichern wir jetzt mal schnell als Standard. Als Standard. Wir haben das jetzt eingestellt und jetzt würde er, ich muss jetzt mal überlegen, ob er jetzt die alten Zeilen schon mit zu, nein, ich glaube nicht, wir müssten jetzt dann die Zeilen nochmal neu erstellen. Weil, genau, das kann er nicht, sondern der kann natürlich nur Zeilen in dem Moment, in dem sie hinzugefügt werden, erstellen. Das bedeutet, also jetzt schauen wir mal, weil ich glaube nicht, das geht so auch, wenn wir jetzt einfach sagen, 16 Uhr zum Beispiel und 19 Uhr. Ich glaube, ich mache das auch schon. Dann fügt das auch hinzu. Genau. Dann haben wir eben hier, unsere Arbeitsstunden ist 2,67 Stunden. Total easy. Das ist absolut einfach, denn jetzt können wir eben bei jedem Mitglied so viele Stunden erfassen, wie wir wollen. können wir da jetzt Datum erfassen, können hier 15 Uhr und 18 Uhr und diese werden dann eben sofort wieder im Mitglied eben entsprechend summiert. Das ist doch eine feine Sache. Das bedeutet, also jetzt ist das mit dieser Arbeitsstundenerfassung natürlich schon mal deutlich einfacher. Vor allen Dingen, wenn ich in diese Zentraltabelle wechsle, eben mit den Arbeitsstunden. Wenn ich hier in der Zentraltabelle arbeite, weil meistens habe ich ja Listen hier vom jeweiligen, ich sage jetzt mal Kapo des Arbeitseinsatzes und der schreibt mir auf, wer waren hier mit wie vielen Stunden oder von wann bis wann haben die gearbeitet. Und deshalb ganz einfach kann ich also hier ganz einfach eben das immer wunderbar erfassen mit Tabulator, Weiderspringer, Tabulator. Dann kann ich mir eben das Datum auswählen. Das ist eigentlich, standardmäßig ist das heutige Datum. Ich kann aber natürlich auch hier jetzt andere Datum auswählen wie der Tabulator und kann hier auch wieder sehr einfach mit dem Pfeiltasten eben entsprechend diese Uhrzeiten hier entsprechend erfassen. Ganz eine feine Sache. Gut, jetzt haben wir aber erst noch einen Teil, denn wir brauchen ja jetzt noch was anderes. Wir brauchen ja jetzt noch diese Arbeitsstunden soll und auch diese Arbeitsstunden soll können wir natürlich eben entsprechend mit Massenänderung setzen. Starten. Sagen wir, alle müssen heute Arbeitsstunden soll, alle müssen bei uns 25 Stunden arbeiten. Das ist ja ziemlich viel, macht aber nichts. So, das wie gesagt bleibt immer gleich mit dieser Massenänderung. Jetzt setze ich diese Berechnung bei den Fehlstunden wieder ein. Ich habe vorher, ich gerade vorher rausgenommen habe, Mitglieder. Fehlstunden ist natürlich ein berechnetes Feld und das rechnet aus. Die Arbeitsstunden soll minus die Arbeitsstunden ist. Genau, also das, was vorher schon drin war, diese soll-ist-Differenz muss natürlich drin bleiben. So, einmal wieder neu starten. Also das können wir jetzt schon ganz gut, das neu starten. Das habe ich heute ungefähr 6000 Mal gemacht, glaube ich, gefühlt. Genau, also dann schauen wir doch wieder mit der Liste. Jetzt rechnet das also auch natürlich entsprechend korrekt aus. Da stimmt was nicht. Ja, da stimmt was nicht. Sekunde. Den Effekt kenne ich auch, Christoph. Und zwar, wenn man was eingetragen hat, muss man nochmal über Massenänderung die eigenen Felder, die Berechnung aktualisieren. Ja, ich weiß, das war eigentlich das Letzte, was ich heute herzeigen wollte. Also es gibt hier in der Massenänderung berechnete eigene Felder neu berechnen. Das muss man, ja, also wenn das System einmal sitzt, dann funktioniert das und dann haut das auch hin. Ich muss es auch immer machen, wenn ich Zeiten erfasst habe in dieser separaten eigenen Tabelle, damit sie dann bei den Mitgliedern in diese Rechnung in den Mitgliedssätzen passiert, weil ich hoffe ja nicht jedes Mitglied da nochmal einzeln in der Maske hoch. Ja, das macht er aber dann, wenn ich es mit der Massenbuchung abrechnen, macht er diese Berechnung sowieso nochmal neu. Beim Abrechnen, gut, diese Abrechnungsphase, das habe ich schon noch nicht. Ansonsten, alles, was du jetzt bisher erzählt hast, das habe ich alles bei mir auch schon. Ja, wunderbar. So realisiert mit einer passenden Beitragsart, um die Fehlstunden abzurechnen. Okay, genau. Also genau so funktioniert das. Und jetzt zeige ich aber nochmal her, wie man dann das vor allen Dingen eben am Jahresende resetten kann, das System. Das ist das wahre Interessante, weil ich will ja diese Stunden ja für alle Jahre bewahren, ohne dass er mir das jedes Mal wieder berechnet. Und das zeige ich jetzt mit ganz, ganz praktisch ist das nämlich. So, also ich habe hier die Dinge. Was wir wieder brauchen, wie vorher auch, das ist eben unser entsprechender Beitrag, den haben wir ja schon, fehlende Arbeitsstunden mit 15 Euro. Das haben wir auch dann dem Mitglied hier schon zugeordnet, haben wir ja vorher schon gemacht. Also im Beitrag haben wir das eben eingestellt und wer müsste jetzt hier 259,95 Euro zahlen? Das ist ganz einfach. Das ist 17,33 Stunden mal 15 Euro. Ergibt dann eben 259,95 Euro. So, die würden wir jetzt berechnen. Wir würden jetzt einen Beitrag einziehen. Wir würden also jetzt hier den Beitrag einziehen. Arbeitsstundenabrechnung. Arbeitsstundenabrechnung, Beiträge, dann eben alles Mögliche reinschreiben, was man halt eben reinschreiben will. Beim Verwendungszweck für den Laststiften, der wird dann auch bei den Rechnungen gedruckt und rechnet dann die Beitragsart, fehlen die Arbeitsstunden ab. Ein Stück 259,95 Euro. Er stellt die Liste, bucht die ab, schickt die zur Bank und gut ist. Genau, sagen wir, die haben wir jetzt zur Bank geschickt und jetzt steht natürlich aber bei dem Mitglied immer noch drin, dass der also immer noch hier das entsprechend zu zahlen hätte. Und das ist ja das Problem, weil jetzt haben wir ja zwei Dinge. Ich will das jetzt hier auf Null setzen, diese Arbeitsstunden ist, ohne dass ich aber die alten Informationen verliere. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich wechsle jetzt in das Register eigene Tabellen. Hier haben wir irgendwann einmal hunderte Mitglieder drinstehen mit N, mit nochmal hunderten oder mit fünf Zeilen pro Mitglied. Also eine ganze Menge. Ich will mir aber merken, wer wann gearbeitet hat. Und an der Stelle jetzt einfach mal ein Hinweis auf dieses Feld hier hinten, auf dieses Arbeitszeit abgerechnet. Das haben wir nicht erstellt, das Feld. Das erstellt NetXPVerein automatisch, sobald ich eben eine Berechnung aktiviere. Und dieses Arbeitszeitberechnet, diese Funktion ist so eingestellt, dass die Summierung beendet wird, sobald hier ein Haken drin ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel mit unseren hunderten oder tausenden Zeilen hier drin am Jahresende hergehen, eine Massenänderung durchführen und dann eben sagen, dass ich jetzt dieses abgerechnet habe. Arbeitszeit abgerechnet. Jawohl, ich habe die Arbeitszeit abgerechnet. Klicke ich auf Starten. Jetzt setzt der hinten überall den Haken. Ich als Benutzer weiß, okay, mit der Arbeitszeitabrechnung bin ich fertig. Ich habe alles wieder auf Null gesetzt. Und jetzt ist automatisch im Mitglied, steht jetzt hier wieder bei Arbeitsstunden ist eine Null drin. Und jetzt beginnt das neue Jahr und jetzt kann ich wieder ganz normal erfassen. Ich habe es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Ja, okay. Ich habe es schon gesehen. Das wollte ich, das kommt schon. Keine Angst. Also jetzt kann ich wieder ganz normal eben hier erfassen. Und sobald ich dann eben ins Mitglied reingehe, hat jetzt der eben hier wieder zwei Stunden stehen. Aber hat hier wieder zwei Stunden stehen. Aber wir sehen, es stehen immer noch diese alten 17 Stunden 33 drin. Das ist eben genau diese Massenänderung, die ich einmal auch im Jahr machen muss. Ich muss jetzt einmal einen sogenannten Rechenlauf durchlaufen lassen innerhalb der Mitgliederliste. Das kann man nichts kaputt machen. Unten eine Massenänderung und zwar berechnete eigene Felder neu berechnen. Warum machen wir das nicht automatisch? Das machen wir deshalb nicht automatisch, weil sonst dieses Laden der Mitgliederliste teilweise fünf, zehn Minuten dauern würde, je nachdem, wie viele Mitglieder man hat. Und man lädt natürlich diese Mitglieder deutlich öfter, als man jetzt irgendwelche Felder hier neu berechnet. Aus diesem Grund ist es in der Massenänderung versteckt. Also berechnete eigene Felder neu berechnen, starten, fertig. Und jetzt rechnet der wieder aus. Und ich bin im neuen Jahr. Und das hier ist... Ich habe auch noch mal eine Nachfrage. Sehr gerne. Herr Sperl, Sie haben ja eben das über die Massenänderung wieder auf Null gesetzt, die Arbeitsstunden. Ja. Aber wenn ich es an den Bank übertragen habe und gebucht habe, wird doch in der Tabelle automatisch vermerkt, dass das abgerechnet ist. Ja, leider nicht. Das heißt, in dem Fall nicht, weil wir einen Beitragseinzug gemacht haben. Wir haben ja nicht hier abgerechnet, diese eigene Tabelle, haben wir ja nicht abgerechnet, sondern wir haben ja einen Beitragseinzug gemacht. Und beim Beitragseinzug kann er das nicht. Der kann nicht so weit durchgreifen, dass er diese Abrechnungshaken setzt. Alles klar. Verstanden. Genau. Diese Abrechnungshaken werden nur automatisch gesetzt, eben bei den eigenen Tabellen. Genau. Also das ist jetzt hier definitiv die komfortabelste Art und Weise, hier einen Arbeitsdienst eben entsprechend abzurechnen. Funktioniert, wie gesagt, am allerbesten oder eigentlich nur eben mit diesen berechneten Tabellen. Und ja, ist zum Erfassen schön, macht alles viel mehr Spaß. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, in einem der nächsten Durchläufe eben hier, die eigenen Tabellen oder den Import der eigenen Tabellen eben noch so weit umzustellen, dass man eben auch dann eine Excel-Liste für diese Arbeitszeiten entsprechend hier importieren kann, in diese entsprechende Mitglied mit Uhrzeiten und so weiter, dass die dann eben auch entsprechend hochgerechnet werden. Wobei es natürlich besser ist, wenn derjenige, der diese Arbeitszeiten erfasst, natürlich das direkt, ob es jetzt in Excel erfasst oder da drin, ist ja völlig wurscht. Also das bleibt ja auf bayerisch gesagt, kopf für gesprungen. Na, vielleicht nicht, weil in der Excel-Tabelle stehen nur die Leute drin, die gearbeitet haben und die Stunden drin. Das kann manchmal hilfreich sein. Es steht hier auch nichts anderes drin. Nein, aber hier muss ich jedes Mal ja das Mitglied aussuchen. Da habe ich eine Excel-Tabelle, wo die alle schon drinstehen. Okay. Die gearbeitet haben. Genau. Okay. Ja. Aber wenn ich die dann importieren will, muss ich sie dem richtigen Mitgliedssatz zuordnen können. Das heißt, ich muss die Mitgliedsnummer oder irgendwas haben, mit dem ich identifizieren kann. Ja, oder Vorname, Nachname. Wenn die im Verein eindeutig sind, geht das auch mit den Filterspalten. Ja. Genau. Ja, also wie gesagt, das war ein ganz einfaches Praxisseminar heute eben zu dieser Arbeitszeitberechnung. Auch nun mal hier der Hinweis, wir hätten auch das Ganze negieren können, dass wir also hier im Endeffekt negative Beträge in den Beiträgen rausbekommen, hätten dann in den Beiträgen einstellen können, dass wir negative Beiträge überweisen wollen. Dann wäre bei dieser Abrechnung eben keine Sammellastschrift entstanden, sondern eine Sammelüberweisung an die entsprechenden Mitglieder. Also auch das ist möglich hier mit NETXP-Verein. Kann übrigens auch verwendet werden für alle anderen Lohnzahlungen im Verein auch. Geht alles wunderbar und ja, funktioniert auch ganz, ganz gut, wird auch schon sehr häufig verwendet. Ja, gibt es grundsätzlich zu dieser Arbeit? So, ja, bitteschön. Ja, ich habe bei mir die Sache so, wir haben zwar damals auch die die Beginn- und Endezeiten mit aufgenommen, aber die liefert mir in der Regel keiner. Also habe ich mir die Spalte, die werden dann so gut wie nie dann ausgefüllt, dementsprechend. Und da habe ich mir eine Spalte für geleistete Stunden in die eigene Tabelle gemacht. Genau. Die muss dann aber nochmal übersetzt werden in eine weitere Spalte, die dann die Übergabe macht. Richtig, ja, genau. Weil er muss ja berechnen und bei der Berechnung kann er es in ein anderes Feld überschieben. Ja, richtig, genau. Also da habe ich im Prinzip zwei Spalten mit der geleisteten Arbeitszeit. Das eine, was die Übergabe dann in das eigene Feld macht und das andere, in dem die Eingabe erfolgt. Ganz genau. Also im Endeffekt ist es so, vielleicht für alle anderen auch zu erklären, ich kann eben nur einstellen in einem berechneten Feld, dass ein eigenes Feld aufsummiert werden soll. Wir haben das jetzt gerade gemacht, eben hier mit dem Feld Arbeitszeit. Hier haben wir eben gesagt, das ist also, das muss vom Typ her ein berechnetes Feld sein. Und beim berechneten Feld kann ich sagen, das will ich in die Arbeitsstunden ist übertragen. Wenn das Ganze jetzt, aber natürlich ein normales, ein normales, wie soll ich sagen, ein Dezimalfeld ist. Also ein Dezimalfeld ist. Also Arbeitszeit, AZ mache ich einfach nur ganz kurz. Dann kann ich da jetzt nicht einstellen drin, dass das jetzt in der Arbeitszeit ist, übertragen werden soll. Und in dem Moment bräuchte ich dann ein weiteres Feld. Das nenne ich dann, weiß ich nicht, vom Typ her berechnetes Feld. Das nennt man dann Übertrag. Klickt hier unten auf Berechnung bearbeiten. Sagt, ich will hier die Summe drin haben, eben dieses AZ-Feldes. Und das hier will ich jetzt in die Arbeitsstunden ist übertragen. Genau so habe ich es gemacht. Das sieht ein bisschen blöd aus, aber... Ja, man kann ja die Ansicht anpassen und dann entsprechend verstecken, sage ich jetzt mal. Und dann ist das auch wieder gut. Auch wieder wahr, ja. Es ist gut, dass man alles verstecken kann. Aber das muss man wissen, sonst ist man da gleich aufgeschmissen. Wenn man da nicht mit Beginn- und Endezeit arbeitet, so wie du es in deinem Beispiel gemacht hast, dann steht man auf dem Schlauch, wenn man die Stunden reinkriegt. Ja, genau, weil man die eben nicht aufsummiert bekommt in das eigene Feld. Ja, ganz genau. Ja. Richtig, ja. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt mal nur zwei Beispiele gewesen, diese eigenen berechnenden Tabellen. Wir sind jetzt gerade dabei, eben hier alle möglichen Anwendungsfälle zu schaffen oder zu planen, die es dann eben jetzt mit der QR-Code-Fassung gibt. Und dann wird es auch möglich sein, eben hier entsprechend...